Ich mache jetzt ein paar Taten. Ich mache das ab, ich mache das ab. Dann falten wir in die Mitte. Jetzt falten wir die Ecken nach oben und jetzt mal ein süßes Gesicht. Ich mache ein Dreieck und jetzt der Mund. Und fertig ist mein Hase. Und jetzt male ich das Gesicht. Jetzt viel Stift aus. Und das ist mein schöner Falthase. Danke an meine Lehrerin Frau Lisha. Jetzt machen wir ein Falthon. Ich mache jetzt ein Dreieck. Und jetzt machen wir ein Falthon. Jetzt werden wir in die Ecke falten. In die Mitte falten. In die Mitte falten. Ich mache jetzt ein Falthon. 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 Ich mache jetzt eine Karotte. Ich mache jetzt ein Falthon. Ich mache jetzt ein Falthon. Ich mache jetzt ein Falthon. Und das habe ich für Ostern gemacht. Und das habe ich für Ostern gemacht. Und das habe ich für Ostern gemacht. Und das habe ich für Ostern gemacht.